Ja, willkommen mein Name ist Daniel R.L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir Sith fertig gemacht, alle drei von denen. Dann habe ich herausgefunden, dass wir wohl wahrscheinlich alle Elementargeister erstmal suchen müssen, um einen Pack mit denen zu schließen, um die Story ein bisschen weiterzuführen. Und da ich das nicht will, gehen wir erstmal nach hier, zu Altamira. Und hoffentlich will Regal diesmal hier mit reinkommen, weil er wollte ja, dass wir hier hinkommen. Wie hast du von Alishas Schicksal erfahren? An Alishas Grab im Azurgan der Firma Lezareno. Ich verstehe, lass uns also dorthin gehen. Okay. Hätten wir uns doch dahin teleportieren können oder so. Dann komm ich nochmal dahin. Hier mit dem Ding, ne? Ah, die Elementarwand fährt ab. Jo. Verblühungsmarkt können wir nichts machen, also gehen wir dahin. Logische Schlussfolgerung. Wow, was ist passiert? Was geht hier vor? Der Ex-Ware-Broker Varley ist reingegangen. Hat schon ein Ding. Varley? Dafür wird er büßen. Hm. Lass uns reingehen. Ich sehe einen Bosskampf auf mich zukommen. Sag mir das Passwort für den Innenbereich der Toys-Mine. Jetzt. Du siehst aus wie Frederik. Das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ne? Davon weiß ich gar nichts. Falsche Antwort. Wie wäre es, wenn ich es dir stattdessen sage? Master Regal, was machen Sie hier? So, der Präsident selbst hat sich dazu entschlossen, uns einen Besuch abzustatten. Perfekt. Präsident? Die Toys-Mine kann nur durch meine Stimme und meine Netzhaut-Scan geöffnet werden. Wenn er sie gewaltsam öffnet, wird die Ex-Ware-Mine zweifelsohne einstürzen. Ach ja, in diesem Fall wirst du uns wohl begleiten müssen und sie für uns öffnen, Regal. Okay, interessant. Ich bin bald ruiniert, wenn ich nicht an meine Ex-Wares rankomme. Das glaube ich kaum. Außerdem ist Rodil tot. Du hast somit niemanden, um große Mengen von Ex-Wares absetzen zu können. Idiot, ich brauche so Rodil nicht. Der Patriarch selbst ist auf meiner Seite. Dazu gibt es noch jede Menge Leute, die nur dazu... ...nur...nur...nur...nur gerne ein Ex-Ware in ihren Finger bekommen würden. Das reicht jetzt. Ich kann dir nicht vergeben, dass du eine unschuldige Person getötet hast. Fuck. Kuchinava, du arbeitest mit diesen Typen zusammen? Der Köln wird bald sterben und der Patriarch wird die Macht an sich reißen. Und wenn es erstmal soweit ist, stampfe ich deinen jämmerlichen Nezzareno-Bergbaugesellschaft in Grund und Boden. Super, das sah komisch aus. Geht's dir gut, George? Ja, Master Regal, ich danke ihm. Hey, was soll das Ganze mit dem Master Regal und so? Ich heiße Regal Bryant. Seine Majestät hat mir den Titel eines Herzogs verliehen. Und ich bin zu denen der Präsident der Lazzareno-Bergbaugesellschaft. Aber eigentlich sollte der Auserwählte mich kennen. Ich habe dich bei einer Geburtstagsparty der Prinzessin gesehen. Oh ja, klar. Ich habe vergessen, dass dieser Typ auch in den Kreisen der High Society verkehrt. Hehehe. Aber dann ist Alicias Mörder Bryant doch... Moment. Es kann nicht sein. Äh, es kann nicht Regal gewesen sein. Mein Gott, ich gehe schon wieder so richtig ab beim Lesen. Alisha. Wiegel, ich bin so froh, dich noch einmal zu sehen, bevor ich erschwinde. Entschwinde. Es tut mir leid. Selbst nach dem Tod leidest du immer noch. Es ist schon in Ordnung. Es ist nicht deine Schuld. Alisha, wie meinst du das? Alisha und ich waren ineinander verliebt. Dann habe ich seinen Diener mich eingemischt. Und sie zur Trennung gezwungen. Alisha wurde Wale übergeben. Er wollte sie für ein Experiment haben. Wollte er versuchen, Kruxiskistalle herzustellen? Es scheint so. Doch, der hat das Experiment fehlgeschlagen. Na, okay. Okay. Junge Regal. Sexy. Äh, ich habe mein Versprechen gehalten. Die Mine gehört jetzt dir. Jetzt gib mir bitte meine Alisha wieder. Aber sicher doch, Mann. Du kannst sie haben. Für so eine Ausschussware habe ich eh keine Verwendung. Oh, nee. Was? Das hier ist Alisha. Sie war für das Expertexperiment nicht kompatibel. Es hat gut mit einem anderen Mitglied ihrer Familie funktioniert. Was wohl mit dieser nicht stimmt. Master Regal, bitte töte mich. Oh, Mann. Ich, ich kann nicht. Ich könnte dich niemals mit meinen eigenen Händen töten. Gerade weil ich dich liebe, möchte ich, dass du es tust. Ach, deswegen. Deswegen will er die ganze Zeit Festival an seinen Händen haben. Master Regal tötete mich, um mich zu retten. Es war der einzige Ausweg. Genauso wie bei Marvel. Ich bin so froh, dass ich dich schließlich nochmal sehen durfte. Ich habe jetzt kein Bedauern mehr. Und deshalb hör auf, dich selbst zu bestrafen, Regal. Alisha, aber meine eigenen Hände habe ich. Ich werde sehr bald entschwinden. Bitte lass mir nichts, worüber ich mir Sorgen machen müsste. Du brauchst diese Feste nicht mehr. Du hast genug gelitten. Ich nahm die, ich nahm der Person, die ich liebe, das Leben. Sie sind das Symbol meiner Verbrechen sowie meiner Strafe. Du brauchst diese Strafe nicht länger. Bitte, Regal. Genf und ich haben mal dasselbe erlebt wie du. Ich habe mir auch vorgestellt, wie es für meinen Vater gewesen sein muss. Als meine Mutter sich in einen Monster verwandelt hat und er sie niedergeschlagen hat, muss er auch gelitten haben. Dein Vater tat dasselbe? So habe ich es gehört. Ich weiß nicht, ob eure Entscheidungen richtig waren. Aber ich glaube nicht, dass Mutter gewollt hätte, dass sich mein Vater selbst bestraft und so lebt, wie du das tust. Ist das wahr? Ja, es ist genauso, wie er sagt. Zumindest will ich nicht, dass du so lebst. Also gut, aber diese Hände werden niemals wieder töten. Ich schwöre es dir. Dir und Lloyd. Und sobald wir diejenigen besiegt haben, die Exvers verwenden, um mit dem Leben von Menschen zu spielen, werde ich meine Fesseln entfernen. Vielen Dank, Master. Bisher, ich glaube, ich kann endlich in Frieden ruhen. Bitte zerstöre den Kristall, bevor ich ganz von den Exvers absorbiert werde. Warum? Kannst du nicht so wie du jetzt bleiben? Wenn ich so bleibe, werde ich für immer leben. Ein isoliertes Bewusstsein, unfähig zu sprechen, auf ewig. Es wäre die wahre Hölle. Bisher, Regal, was sollen wir machen? Bitte frei sie. Ja, auf Wiedersehen, Alicia. Ich danke euch. Bisher, bitte vergib Master Regal. Es tut mir leid, dass ich dich, äh, dass ich bis jetzt nichts davon erwähnt habe. Ich bin ein Krimineller da. Master Regal hat gestanden, Alicia getötet zu haben und ging aus freien Stücken ins Gefängnis. Während ich inhaftiert war, versprach mir der Patriarch Wally zu fachten, wenn ich dafür Colette entführe. Ich glaubte ihm und stimmte zu. Also deshalb warst du hinter uns her. Ja, ich bitte euch, meine letzte Strafe zu verschieben, bis wir Krux es besiegt haben und daran geändert haben, mit Hilfe der Exvers mit dem Leben anderer zu spielen. Äh. Äh, ja. Wenn Preser einverstanden ist... Solange Preser damit einverstanden ist... Wir betrachten Regal sowieso bereits als unseren Freund. Wally war ebenfalls für Alishas Tod verantwortlich. Okay, ich werde versuchen, von dir nichts als Feind zu denken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sofort ändern kann, aber... Es tut mir leid. Es war Alishas letzter Wunsch, deshalb... werde ich kein Wort mehr darüber verlieren. Regal hält den Titel vorstand. Sehr schön. Ja, soviel dazu. So, jetzt, da wir aber wissen, dass... der Toys-Mine-Watt ist... Stimmt, da war ja auch dieser eine Ding ist, ne? Äh... 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 Wir machen mal einfach... Äh, Entschuldigung. Da würde ich sagen, wir gehen nochmal zur Toys-Mine. Ich habe mich schon gewundert, weswegen er nicht wollte, dass seine Fesseln entfernt werden. Jetzt weiß man es also. Und ich habe ja auch den zweiten Teil schon gespielt, deswegen... Ich hätte mal meinen, ich wusste da, aber... Was? Da war gerade ein anderes Skipper vorher. Ich habe nicht mehr, zwei. Aber ich habe auch den zweiten Teil schon gespielt, deswegen... Ich habe auch den zweiten Teil schon gespielt, deswegen... Ich habe mich schon gewundert, weswegen er nicht wollte, dass er seine Fesseln entfernt werden. Ich habe auch den zweiten Teil schon gespielt, ich habe den Tag schon gespielt... Ich habe mich schon gespielt, also wenn man es nicht mehr gespielt. Ich habe mich auch schon gesagt, ich habe mich auch schon gespielt, aber die meisten von derversion zu ihm ist. Das ist wichtig. und mir auch dankeschön da weiß es ein anderes geht da war gerade irgendeins gibt aber er kann direkt gerecht okay dann auf zur toys bin ich würde ich sagen und mal gucken der typ der läuft ja noch immer auf freien fuß darum deswegen steht irgendwas hier jetzt mal so toys miene das stimmt ja oder war ja auch so ein dingen wo man nicht durch konnten regel nicht schon bei uns ich weiß auch gar nicht ja ich mache das einfach so da komme ich besser klar muss ich irgendwie die karte dadurch nicht ändern aber egal ja ich glaube schon ich spreche mal wer weiß ob da drin auf uns wartet doch ich kann wir jetzt dann da rein wie kann er die tür öffnen ne stimmt den haben am ausgang getroffen glaube ich weiß ich gar nicht mehr meine war schon bei uns in der truppe na klar wir haben doch mit denen da drin gekämpft gegen dieses maschinen dingen da da müssen wir jetzt hier die tür öffnen können da tut sich gar nichts dann kann ich nur noch nicht da rein zum deck für muss wer sterben war so habe ich das jetzt nicht gemeint viel besser es wollte nicht mehr auf den uns angestellt ist schnell die gegner kaputt gehen natürlich gehen die schnell kaputt aber trotzdem war der regel dort ist und ob ich ein angriff schon auf was weiß ich 48 racing dragon racing dragon ja also nicht so jetzt lernen was neues bitte ja super hat mich getroffen lecker ich habe ja nicht so was anscheinend ja mal schnell fertig einfach schon so in bar angriffe so geht das sollte vielleicht noch erfahrungsfähigkeit hier mal nach ok ok ja war überhaupt keine dinger kette genie jeder sollte am besten hier eins haben zwei machen wir einfach irgendwas hat mein leben plus entweder und wieder die maximal kp ist auch nicht schlecht unisono macht und keine ahnung hey jetzt sehe ich es auch zum gleichen sachen hat zum teufel totalität jeder stand ok warte mal du musst ja widerstand und ewigkeit und neues lernen komm mal her schlag nicht t das war ich wie ich mir gerade selber gegen die stirn gehauen habe vielleicht lernt er ja trotzdem mit uns ich habe keine ahnung ich verstehe so viele sachen in diesem spiel nicht ich verstehe so viele sachen in diesem spiel nicht boah hat geist plus gelernt äh das konnte ich geist und ewigkeit bekommt aber ding ist ja hm hier widerstand der müsste jetzt was lernen wir experimentieren jetzt ein bisschen danach versuchen wir mal aska zu finden das war glaube ich hier das machen müssen jetzt mal einer konnexe dass die hauptstorie leuchtende vogel ist ja aska und linker baum ok dann ich werde so tief drin deswegen ich möchte mal ausnahmsweise vorbereitet sein wer irgendwas machen man kann ja schon mal nach severant gehen ich möchte jetzt noch gucken vier stand und ewigkeit wenn er zwei tee dinge hat und ewigkeit nur dazu packt dann ist er trotzdem immer noch der tee typ sein ne ok ich sollte ewigkeit wirklich bei jedem mal ausrüsten wow sehr schön ok komm mal her ob das jetzt so gut ist da frag mich nicht was ich mache ich hab selbst keine ahnung da soll ich mal jetzt am ersten platz war ja komm mal her ja lernt was was muss ich denn hier noch 50 mal einsetzen an x4 ziel uffa warte mal kraftschub kraft ob man was in dem man denn hier so wer töte die jetzt befeuchtet mache so ein start dinge was ich aber fähigkeiten sehen wir verbunden erfahrungsfähigkeit vom unterwegs ist auch jetzt auch leben bloß nur wieder maximal dingens warum lernt das geist bloß sehr schön und auch geist bloß bei 2 c dinge hat heißt er müsste ja noch t bleiben sie auch mal so viele sachen city systeme i don't know what i'm doing but it will do something keine ahnung da kommt mal irgendwann her in einer reihe auf stimmte so ich möchte mal immer noch steuern hinschel fäller schmento los judgmentor schmento judgmentor mein gott wie lang dauert ich glaube ich sollte irgendwie ausrüsten macht die cast geschwindigkeit ein ein bisschen freien hat ich glaube ich habe mal her neue sachen bitte noch verdammte weg okay dann tun wir mal alles hier wieder so schön verteilen jetzt vorher war oder so kann also kacke sie hat nur leben plus was ich sage ich ehrlich gesagt nicht schlecht bei jedem mal ziemlich ewig neben fluss oder so haben wir haben ja was egal plus irgendwo ja was also die beiden muss ich haben wenn man geist spende was hat wir brauchen alles gut und hier meinetwegen wenn man möchte schon dann besser hoffe ich ja ich habe die gewinnung kraftschub sehr schön da ist bloß leben bloß den sachen kann ich leben sah dann wobei wir hätten müssen schlusspunkt total ab ist da wieder nach total an noch perfekt abkürzung ja dann und hier ja noch ziel und speichern man suchen war das gar mal ich gehe erst mal ihren teil mich ein paar neue verbund fähigkeiten jetzt kann fast jeder irgendwie mehr maximal café und so bekommen das ist ja richtig geil übrigens das kostet 100 geld eigentlich nicht aber egal stehen also und verlangt genie streich wieder sehen ja du mich auch dann habe ich den namen geben johannes ist aber nicht aus wie die kitty sie es aus wie ein dog so dann speichern wir hier dabei werde ich wahrscheinlich im nächsten paar umstellen und ja ich sagen da war es für diese folge und wir sehen uns in der lesen folge und jetzt bettet sich vorne kornikas edition ich mag mich alle zuschauen sage tschüss